Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von TheWolfamongers, ich bin Little Confused Bryant oder einfach nur Yannick und vielleicht befinden wir uns heute sogar jetzt schon im finalen Part, ich weiß es nicht, aber wir wollen mal schauen. Wie wollen wir denn hier jetzt rangehen? Ich wäre definitiv nicht dafür, dass wir die Tür eintreten, ich wäre definitiv nicht dafür, dass wir die einfach dran klopfen, ich wäre dafür, dass wir erstmal ganz assi dran hören. Hört ihr irgendwas? Wenn jemand da drin ist, wäre er sehr kalt. Ich hätte richtig Angst, wenn da jetzt nochmal wer Totes drin ist, das würde mich komplett abfacken, ungelogen. Oh, oh. Hallo. Hi. Hi. Alles fit? Du wachst mich ab. Sorry. Oh, sorry about that. Ist etwas falsch? Ich glaube nicht, dass ich dich noch nie gesehen habe. Wer bist du? Ich bin der Big Bad Wolf. Ich bin Big B. Ich bin Big B. Ich bin Big B, das ist Schnee. Ich bin froh, dass dich dich treffen. Wie geht's dir? Ist es, um, ist es etwas, was du brauchst? Ist Auntie Greenleaf hier? Ist Auntie Greenleaf hier? Sie leben hier? Du meinst meine Mutter? Ist sie ever, you know, make the nightstand levitate, turn frogs into cats, that kind of thing? Ist sie ein Witch, dear? Oh no, I would never call my mommy that. She treats me all right. Is there something you want? I don't think I can really help you. Kann ich mich vielleicht mal umsehen? Maybe come back in the morning. Rachel, do you mind if I take just a quick peek around? Wirklich nicht. Sie hat noch nicht mal Ja gesagt, mir geht einfach rein. Das ist echt nicht schön. Ich bin hier allgemein. Niemand hat hier. Warum ist sie auf einmal so lautstark? Ich bin der Sheriff, also du solltest mal ein bisschen aufpassen bei deiner Wolf, meine Fräulein. Crane, du könntest trotzdem hier sein. Gucken wir uns erstmal das Porträt an. Ist das deine Mutter? Uh-huh. Das ist Auntie Greenleaf, okay. Wir haben ein Bäumchen. Ein Baum wird der sicher wohl nicht verstecken, oder? Was ist das? Mommy uses that to carve her Trinkets. It's from the old world. Trinkets. Ähm, like Glamour? Hex ist. Hm? Nicht hier. There's no one here but me. Ich wette, wir haben nicht so viele Chancen, um jetzt zu gucken. Also im Ofen wird er auf jeden Fall nicht sein, wie soll er reinkommen. Vielleicht wird er hier hinten irgendwo sein. Dahinter wird er wahrscheinlich auch nicht sein. Hier vielleicht drin. Deliver to Auntie Greenleaf, the butcher. The butcher. Was ist das? Ein Package. Das hat mit jemandem mit der Butcher. The butcher. Hm. Irgendwie... Wir haben immer noch hinter uns eine Tür, die will ich eigentlich reingehen. Kann ich da gar nicht hingehen? War das nicht gerade noch eine Option? Wir könnten ja auch noch mal mit ihr reden, so ist ja nicht... Wie viel länger denkst du, dass es sein wird? Okay. So, wieder zu. Da ist eine Klappe, oder? Ich sollte das nicht sagen. Ich stehe immer auf dem Nachschraub von seinem. Ich auch. Kann ich jetzt zum Bett gehen? Bitte? Ist das eine Klappe? Mami wirklich nicht lässt sich jemanden spielen mit dem. Ich glaube, ich habe versucht. Oh, nein, 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 nein. Bitte, 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 bitte. Bist du es zurück, genau wo du es gefunden hast. Keine Person kann es spielen mit dem. Es ist okay, Baby. Bigby wird es nicht verraten. Nein, du wirst du nicht. Du wirst, wenn sie herausfinden, dass ich die Leute in hier, und die Leute in die Herzen spüren, okay? Sie checkt alles, um zu sehen, ob Dinge gehen. Ich will nicht in Probleme kommen. Aber ich bin bereits befestigt. Bist du es zurück, genau wo es war, bitte. Schnee, komm mal, bist du schuldig? Es ist ein Glamour-Tub. Etwas ist hier passiert. Nein, lass es runter. Bitte, bitte, bitte. Das ist nicht, was du denkst. Du musst mir glauben, der Mann ist nicht hier, ich versuche. Es wird okay, Rachel. Bitte, ich bitte. Ich will nicht in Probleme kommen. Das will ich auch eigentlich nicht. Da ist sie. Aha. So viel dazu, dass hier irgendwas nicht stimmt. Glaubst du, das ist hier alles ein Spiel? Hilf uns Crane zu holen. Das ist alles, was wir interessieren. Das ist nicht alles, was wir interessieren. Also? Ich bin kein Fortunter, Wolf. Ich habe keine hefene Idee, wo du gehst. Du musst etwas wissen. Obwohl du eine Recipe für Owlstüh. Es gibt nichts, was ich weiß, was wir haben. Du bist ein Bein. Du bist ein Schauspieler für ein Schauspieler. Du bist das? Du kannst das wissen, was du wissen. Du kannst das wissen. Du kannst das wissen, was du wissen. Ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir nicht. Ich habe keine Interesse. Ich habe keine Interesse in einer Schlauchung in einem Schauspieler und eine Schauspieler unter Bootheels. Warum spielst du eigentlich... Warum spielst du eigentlich... Mhm. Eigentlich muss der Baum gehen, aber irgendwo müssen wir auch die Glamours haben und... Ich bin sorry. Ich bin sorry. Ich bin sorry. Ich bin sorry, Sheriff, aber bitte. Ist nicht da noch eine Art Weg? Sie ist eine Witch. Kann sie nicht nur für uns arbeiten? Damit wäre sie offiziell. Ich bin sorry. Ich bin sorry. Ich bin sorry. Es ist eine Lie併. Es ist ein Sohn. einem Baum. Scha Hm... Es wird nicht, aber... Die Scheiße hat seine Kraft seit Jahrzehnten verloren. Ich bin sorry, aber wir können noch nicht den Baum halten lassen. Es wird nicht richtig sein, nach dem, was passiert. Big B. Bitte, Sherry. Oh, fuck. Das ist richtig, richtig schwer. Ungelogen. Das finde ich gerade derbe schwer. Snow, you aren't my boss yet. Das ist auf jeden Fall eine Antwort, die man komplett weglassen kann. Das ist eigentlich gerade eine 50-50-Sache. Burn the tree, Greenleaf, I'm hiring you. Die könnte nützlich sein, mit dem ganzen Zauberkram. Aber sie hat uns halt auch ziemlich hintergangen mit dem Baum. Oh, shit, man. Ist richtig schwer. Mann. Ich würde beide Optionen nehmen. Ich finde beide richtig gut. Komm, wir machen folgendes. Edelmehne Mist, es rappelt in der Kiste. Edelmehne Mech und du bist weg. Okay, gut, wir nehmen Greenleaf. Today is your lucky day, Greenleaf. I'm hiring you as the business office's newest witch in residence. Big B. The witch is over there will keep her out of trouble. And we have a glamour shortage as it is. It makes the most sense now. And you get to keep your fucking tree. Your fucking tree. Just don't expect me to bow down to your little woman here. Don't think for a second that this is over. So what? Are moving trucks gonna show up here or something? Something like that. We'll call you. Okay, wir kriegen jetzt einen Einlauf von ihr. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Several cases of lycanthropy. Okay. Errungenschaft reingeschaltet. Cool. Gut. So. Pardon pie. Was geht da jetzt noch so ab? Anscheinend ist Snow noch einigermaßen cool mit uns. Das finde ich schön. So Crane, what the fuck geht hier ab? No, it's nothing you need to concern yourself with. I don't think so. At least. Shit. Oh nein. Sheriff, is there something more I can help you with? Decided you want to taste of the wares? Oh, I see. Come to audition you bitch. Wo ist Crane? Ich frag nicht nochmal. Was du jetzt weißt? Jetzt! Well, wer ist das denn? Du Stück Scheiße. Hey, du kannst nicht einfach da rein gehen. Ja, pass mal auf, was ich kann. Wir haben ein Problem. Sag mir, wer das hat. Sag mir, wer das hat. Ich weiß, was du weißt. Herr Crane, bitte. Sie kann nicht helfen. Ich weiß, dass du weißt, was der Plan ist. Ich werde mir nicht dafür verantwortlich sein. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich bin sorry. Ich... Du beide weißt, was passiert ist. Just sag mir. Crane, geh weg von ihr! Ich habe nichts getan. Ich versuche dir, ich habe nichts getan. Die Mädchen. Die Mädchen. Sie werden mich zurück. Ich... Ich muss nur den schuldigen Ring arbeiten. Das ist alles. Sie können nicht darüber reden, wegen diesem Spell. Aber wenn dieser Ring durchfällt, weiß ich, was passiert ist. Und das ganze Ding wird vorbei. Das ist alles. Bitte. Ich bin inocent. Total, total inocent. Es ist nur... Es ist nur... Es ist nur... Du hast noch nie gesprochen. Wir sind aus einer Exekution, Crane. Nein, 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 nein. Nein, wirklich. Das wird funktionieren. Ich erzähle dir. Ich... 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 Funktioniert gut, wa? Bitte, erzähl mir, du hast sie töten. invites mening. Ich hab's ganz?. Meine drei Knie an gezwungen. Wie lange Jahre... Wie lange Jahre hat es möglich passiert? Selbst... Zieb viele... Oh, Gott. Was ist mit dir passiert, Crane? Er kann dir gar nicht mehr in die Augen gucken, weil er es mit dem Glammer die ganze Zeit gemacht hat. Ich glaube nicht, er hat es gemacht. Was? Schau an ihn. Denkst du wirklich, dass dieser Mann diese Frauen verletzt? Er ist nicht... Er wäre nicht so nett genug, nicht so, dass er seine Stampe auf die Welt so wie das. Er ist ein schrecklicher Schäfer, nicht ein Mann. Danke, mein Lieber. Das bedeutet so viel. Okay, okay. Was ging da so, oder? Ja, irgendwo habe ich schon Zweifel. Ja, irgendwie hat er sich schon verändert, als wir reingeplatzt sind. Er weiß auf jeden Fall mehr, als er sagt. Das stimmt. Du weißt mehr. Das ist die Frage. Das ist größer als Crane. Wir werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden. Anscheinend ja schon. Das ist ja lächerlich. Ichabod Crane, du bist unter Arrest für die Missappropriation von Fable Town Funds. Du hast das Recht, die Kanzlerin. Das Recht, die Beispiele zu verletzen. Aber wie gerade jetzt kommt ihr mit uns. Steh auf. Geh auf. Jetzt. Ich glaube, wir wissen, wer in charge ist, Sheriff. Was? Was soll der Spruch denn jetzt? Brake Snow. Brake. Brake. Brake Snow. Aber das würde Snow überhaupt nicht gefallen. Und, äh... Das muss gerade auch nicht sein. Das ist gerade nur meine innere Unruhe. Gut. Du gehst auf jeden Fall. Wir sind besser als du. Ja, sieh. Das Sache ist... Wir sind besser als du, als du. Gut, gut, gut. Ups. So, Crane. Dann zeigt mal, dass das jetzt gerade nicht alles gespielt war. Was sagt sie? Was sagst du? Hi, was hast du da? Look, it's recently come under our attention that you're... How shall I put this? Attempting to claim it the personal property of the crooked man He's about yea high, 120 odd pounds Pissed his sheets until he was 14 Sound familiar? I haven't told him anything Not now, not now Shh The grown ups are talking Wer bist du? Schön. Bloody Mary. Uh huh. Wir können so eigentlich jetzt nicht weitermachen, weil wir immer noch unsere Schulterverletzung haben und angeschossen wurden. Aber Crane gehört zu uns. Oh, das wird schief gehen. Scheiße. Oh! Oh fuck! Jetzt kommen wir noch Krüfter in die... Was?! Das hättet ihr nicht machen sollen. Ihr klein, dreckigen Ficker. Verziehen könnt ihr euch, ne? Verziehen könnt ihr euch. Und wir können so eigentlich nicht weitermachen. Das ist das Problem. Das hat unser Arzt uns schon gesagt. Das ist echt nicht gut, was wir hier gerade machen. Oh, wir rennen gerade richtig in unsere Misere rein. Oh fuck! Oh fuck! Wir werden immer größer und krasser. Oh fuck! Langsam hat er keine Munition mehr, oder? Kann das? Äh... Wir nehmen das Teil und schmeißen das aufgeben. Nehmen das dann nochmal und schmeißen das aufgeben. Und Nummero eins! Alter! Alter! Wir sind der Blickwert wohl! Was hast du da gerade gemacht? Hast du mich gerade angeschossen? Oh, Bloody Mary hat anscheinend richtig Bock. Ach, meinst du, du wärst der... Tough Guy, hm? Wir können den jetzt nicht umbringen. Wir machen's. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Oh oh. Das war keine gute Idee. Oh fuck. Oh fuck. Oh Gott, Ziggy! Das war eine gute Idee. Aber, du weißt... Es wusste nicht nur, wann zu Ende. Alter! Will die uns gerade den Kopf abhacken? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, es ist doch schwer! Oh! Oh Gott! Ich weiß, es klingt verrückt. Aber wirklich, Leute... Kannst du mit diesen Ergebnissen argumentieren? Weil ich weiß, dass ich nicht kann. Warte! Stopp! Du willst jetzt nicht Crane abgeben. Du willst Crane abgeben. Du willst Crane abgeben. Just... Take him, okay? Take Crane! Just... Stopp! Please... Hmm... Yeah, I don't know. Just... Get out of here! Wer ist das denn noch? Das ist der Crooked Man. Das ist der Crooked Man. Hallo, Ichabod. Siehste, meine ich doch. Siehste, meine ich doch. Gotten mit einem boot in seiner Leben verabschiede. Nein! Nicht so wie dein Freund hierherr. Hmm. Das wird jetzt ein schönesarenter Freunden haben. Wir haben mit Ihnen alle. Ich meine es. Ich bin Wahnsinn zämmert. Es geht mitden Mitle. Ich werde dir irgendwann so das Gesicht aufreißen. Ich glaube, das war keine gute Entscheidung, dass wir Tüde da umgebracht haben. Ich habe irgendeine Errungenschaft freigeschaltet. The Encharted Land of New York, nächste Mal auf The Wolf Among Us. Ich habe eine Frage, was du mit dir? Ich wollte nur... um, 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 letzte Nacht. Wenn die Leute hören, was du mit Dumb tun, werden sie denken, dass du zurückgekommen hast. Keine Ahnung, Jack. Du hast immer einen Punkt. Nicht diese Zeit. Ich weiß, dass ein Mark nicht wert ist. Du? Ich mache mich nicht da, um dich mit dir zu tun. Ich will nicht. Du willst nicht. Ha, 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 ha. Dann wieder. Du hast nicht viel Wahl an diesem Punkt. Hast du? Auf jeden Fall auf der Seite, dass wir nicht Snow Interrupt haben. Fast alle sind zu Holly gegangen. Da war ich mit dabei. Flycatcher habe ich den Job gegeben. Das haben alle, glaube ich, gemacht. Ja, der war auch ein netter Kerl. Wir haben nicht das kaputt gemacht. Und wir sind die kleinere Anzahl, dass wir Tweedledum umgebracht haben. Okay. Gut zu wissen. Ich habe nämlich einen guten Kollegen, den Stoney. Der hat damals auch noch Let's Plays gemacht. Rammsteinfan hieß der, glaube ich. Rammsteinfan992 oder so. Mit dem habe ich damals auch Magiker gespielt. Das ist ein richtig cooler Typ. Ich habe immer noch Kontakt mit ihm. Er hat auch diese Episode gespielt. Mit ihm werde ich jetzt gleich mich darüber ein wenig unterhalten. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen, wie es mir gefallen hat. Und in der Episode 4 wird es dann natürlich auch endlich weitergehen. Wann sie kommt, weiß man heute nicht ganz genau. Wahrscheinlich so im nächsten Monat, übernächsten Monat. Wir sehen uns auf jeden Fall dann. Ich bin Nil, Körn für Sprenn oder El von Yannick. Falls euch die Episode gefallen hat, lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Schreibt doch mal, wie ihr so geschrieben hättet, äh, geschrieben. Wie ihr so gehandelt hättet. Und das wäre es für heute. Tüdelü mit Ü.